Lasst mich durch! Durch die Mitte! Herzlich Willkommen Leute zu Tabletop Racing World Tour mit Shigo, Kunran, McFry, Tautau und Widerwolf. Es erinnert ein bisschen an Micro Machines. Man fährt auf einer relativ großen Welt, also wir sind relativ kleine Autos und hat auch noch Waffen, um sich gegenseitig abzuschießen. Ja, schauen wir uns einfach mal an. Gibt's im Steam für 15 Euro. Wir haben alle dasselbe Auto und ich habe eingestellt, dass wir die Goldreifen haben, die Dalu-Card-Wheels. Die Bling-Bling-Wheels. Ich habe mir die extra schon gekauft in der Karriere, weil ich hier angeben wollte und jetzt hat die eh jeder. Ich wollte hier taunten, aber erstmal wieder hier abdrängen. Nein, 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 nix da. Ah, schade! Da kommen Raketen von hinten! Wieder, wieder! Wir müssen nach vorne, Kunran fährt sonst weg. Wieder, du Feier! Bleib immer dahinten, bleib immer dahinten. Ah, rechts steht sogar, wer einen abgeschossen hat, nur damit man das nochmal fürs Protokoll hat. Oh, McFly nimmt natürlich die Waffen weg. Oh Gott! Unferde der Bombe! McFly! Oh, Kunran ist so weit weg. Goldreifen sind ziemlich starr. Ach so, das geht davon, ey. Die machen gar nichts. Ja, aber ich finde die sind vom Handling her ziemlich geil. Ne, ist vom Handling her wie die Standardreifen. Echt? Die geben dir nur mehr Geld, wenn du einen abschießt. Das ist der Effekt der Goldreifen. Was macht das? Ah! Das ist der Blitz! Was macht das? Scheiße, ich hab ne Münze gefunden, aber das war keine Abkürzung. Wie geht's denn los? Ich glaub, das ist so ne... Die Red Shell, oder so. Oh nein! Die Blue Shell, aber... Der blaue Panzer, aber es hat anscheinend nix gebracht. Was ist das? Eine Ölpfütze für Team's Load, also. Oh mein Gott, ey. Ah, okay, das wär das gewesen. Wieder! Ja? Verena Starts-Musik! Wieder, bleib stehen! Nein, wie die Witze! Schön sein, das hier! Dabeisein ist alles. Errungenschaftbar aus. Heiß das alles, ganz genau. Hey, es gibt anscheinend auch... Oh, Winning! Es gibt Geld, wie toll ist das denn? Er hat aber auch sein Auto getunt. Genau. So. Ja, ich weiß nicht. Ich bin mal gespannt, was jetzt... Also, ob wir jetzt zurück ins Menü kommen und die Strecke neu auswählen müssen. Wenn das so ist, dann... Genau, ich werde jetzt einfach eine andere Route wählen. Wir bleiben bei den 80ern und nehmen jetzt noch eine zweite Route, also zwei Routen pro Strecke. So. Okay. Achso! Auf diesem Tisch gibt es noch andere Strecken, sozusagen. Einmal umgebaut? Ja, jetzt haben wir einmal die Sachen mal was hingestellt. Da weiß ich jetzt eine Hand. Da war noch... Reifenwechsel. Reifenwechsel. Es gibt keinen Reifenwechsel. Da habe ich eigentlich... Alle haben dieselben Reifen. Nur mehr Geld. Reifenwechsel. Das ist... Mehr Cash. Eigentlich ist doch voll super, um Sachen freizuschalten. Das sind doch die besten Reifen im Spiel. Vita, du Cheater! Alter, Vita! Oh Gott! Da habt ihr recht. Ja, ich wollte... Ja, komm. Oh Gott! Leute, wir fallen an Würfel. Oh Gott! Y-Long gedrückt halten. Ja, ja. Ja, und wenn ihr mehr sehen wollt, Leute, dann lasst gerne einen Like da. Oder vielleicht habt ihr es selber mal gespielt. Nein! Das ist doch die schwerste Strecke. Strecke D. Ist euch irgendwas passiert? Oh, schüttelack! Fahr doch nach links, McFly! Will ich ja, da ist ein Tauter auf! Ja, da ist ein Bombing doch! Oh Gott! Und hier... Oh! Tschigol! Komm, spawn neu! Oh, kein Einium gekriegt. Hauen und Auto fahren hier. Ja. Ich denke, ich bin da. Direkt von der Strecke. Ich will ein Item. Lieber ein Item. Ja, Start und dann... Ja, Start und dann... Ja, Start und dann... Das... Zack! Oh, nein! Oh! Tschüss! Da fliegen sie alle aus der Kurve. Blitz! Blitz! Oh! Ich hätte eine Münze gesehen. Ja, die Münzen sind leider nie so, dass man sie beim Vorbeifahren holen kann. Ganz genau! Oh, die Bombe! Meine Bombe! Das hängt ja mal rein gefahren! Ich seh's. Ah casa! Leute irgendwas ist da ganz weit vorne, schieß da mal einer was ab! Ah, labour. Das da lag ne Pokémon- Karte 43. Ah, man kann upgraden! Wenn du deine Waffe behältst und in ne nächstes Powerab fährst, upgradeest du die! Oh mein Gott! Gib dir was ist da dritten gekommen.. Ey Öl-Spur. Öl-Spur. Hülspur also Wäre ja schade, wenn die hier wäre Ich habe eine abgegradete Rakete Ich weiß nicht, was die macht, aber ich schicke Ah, okay Die Zielsuchtrakete Ziel, die Drei Raketen schießt die direkt ab Dann gucke ich mal, was verbessertes Eis Macht Die ist einfach größt, habe ich gerade schon probiert Kann noch einer da oben Ne, zweimal, also eine Stufe Kann einer nicht McFly mal mit einem blauen Panzer abschießen? Mit einem blauen Panzer? Hier gibt es Oh, da kommt ein Laser Oh, nein McFly Aber knapp Wo sind denn die alle? Ich habe echt gut aufgeholt Ja, du hast auch einfach bessere Bessere Fahrweise wahrscheinlich Oh, ich habe noch versucht, Eis zu schießen Oh, es gibt noch Hunde Ist ja noch gar nicht vorbei Da kam der Zielsucht, oh, dann war ich kurz der Zielsucht hinter mir her Es ist noch eine Runde und ich werde nervös Ah, super, du bist hier abwinken Nein, du Zaun, ey Snipe! Oh, shit Hilfe! Oh, shit Ah, Rita spielt auch mit Oh, nein! Okay, okay, das ist meine Chance Das ist meine Chance Nur damit euch nicht... Gar nicht! Das ist eine Chance! Das ist sehr nett von dir, bitte Voll versagt hier! Nein! Nein! Ich habe Speed geupgradet In der Hoffnung, das fliegt mich daran Ich habe irgendwann eine Bonusmünze eingesammelt Was bringt die Bonusmünze? Geld zum Sachen zu gestalten Oder war das einfach nur wegen den Reifen? Nee, ich habe aber auch Bonus-Coin bekommen Aber es kann sein, dass sie Bonus-Coins heißen Und dann... Ich schnacken neue Runde Ja, ja, das war Bonusmünze Ja, ich warte hier ja noch Ach, äh! Okay, dann machen wir den 80er-Tisch fertig Also wenn ihr die anderen Strecken noch sehen wollt, Leute Dann gibt es hier einen neuen Part Dann machen wir jetzt die nächste Route auf der 80er-Strecke Dann machen wir einfach alle durch Passt von der Zeit ja wunderbar Hat da noch ein anderes Auto? Nein! Das ist doch ein Schieger dasselbe Das ist eine andere Lackierung Nein, das ist oben bei Hosen Achso Achso, okay Achso, ja Ich habe nur die Lack... Ich habe nur diese Oma-Sachen weggenommen Diese Koffer Die Reifen sind kacke, Mann Die ändern nichts Das sind wie die Standard-Wheels Nein Die bringen halt mehr Gold Ja, die sind auch scheiße Ich will die Griff treiben, Mann Nein, alle... Irgendwie hatte ich das Gefühl, die fahren sich viel besser Es steht da Dass die nichts anders machen Ja, das glaube ich dir Ohhhh Ohhhh Der war nice Der war nice Ey, McFly Ich kann nicht lenken, what the fuck Da war Ölspur Nein, 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 das waren wir beide Da war ne Ölspur Oh, da sind einige auf der Ölspur Gewesen Was haben wir denn? Die hatten die Sloten-Uhr Jetzt war ich den Super-Blitz Hau ab Ich war... Ich war... Ich upgrade jetzt den Blitz Ist das egal hier oder sollst du das? Der Super-Blitz Oh shit, nein Du Arsch Ne, der ist hier ein bisschen anders Oder? Oder... Es gibt glaube ich... Es fehlt was Es fehlt was Also es fehlt ein Stück von der Strecke im Vergleich zu D Okay Und eine Kurve, die ist kürzer Ähm Ah, okay Ich wurde zweimal geschockt Ja, kannst du mal sehen was du davon hast Der Turbo ist so schlecht, ne? Das ist so... 1,5 Meter Boost, ey Dann muss man glaube ich einfach mal zweimal einsayen Hab ich schon, dann fährst du 1,8 Achso Jetzt wirklich nicht, ich bin weg Bäh Ja Ah scheiße, Kleine Dann wieder silta wär mir Oho, dann entschieden wir vorbeiiiiiii So, da vorne sind die Nächsten. Oh nein, die gehen nach vorne. Ich dachte, er geht nach hinten. Oh, der Nice! Der Snipe hier. Der war schön. Da sind sie alle! Nein! Nein, nein! Oh, oh! Nein! Nein! Mach nichts, ich habe eins. Nein! Ich bin wieder im Rennen! Nein! Nein! Ja, war klar! Seine Bombe dropped, war klar! Eis war auf der Grad, das war gut. Nein! Ich habe es nicht bekommen! Nein! Ja, das ist nicht los. Nein! Ausweichen, ausweichen! Links, rechts, Kompination! Oh! 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 Ich bin jetzt hier geslidet. Oh, die Rakete war gut, ey! Ach, Scheiße, Mann! Das war witzig. Der Rennen von anderen Autos ist so einfach besser. Ja, 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 ja! Leut! Drei Leute auf Ersten! Ok, aber ein Rennen kommt noch! Noch ist der Kompini nicht entschieden. Rude C fehlt nämlich noch. Die sieht anders aus. Hm. Nächste passt dann auch mit anderen Autos! Also, wir könnten die Klasse des Wagens einstellen. Du stehst für alle ein, ok. Also ich stelle die Klasse ein. Es gibt auch einen Turbostart, glaube ich, oder? Ja, dieser Turbostart hat den schon geschafft. Warum nimmt Tau doch denn ganz außen die Waffe? Schieß doch! Ich hab ne Münze in der Gle. Fiese Kurve! Und da schießt er in die Menge! Jeder hat geschossen! Zweiler Kingdom bekommen, ihr Dreckkerle! Oh, alle haben noch ne Dreck! Ja, ihr seid ganz schön doof seid ihr! Aaaaaaaahhhhhhh! Alle verdient! Weg fly, hä, hä? Weg da, NIEIN! Alles klar! Shit! Kommt an, weg da! Lass mich durch! Durch die Mitte! Hey, hey, hey! Nein, bitte doof! Oh, shit! Geh weg! Der droppt noch was! Der droppt nix! Wir fahren nämlich alles vorbei! Nein, tschau, tschau! Oh, komm! Scheiße! Geh doch, hör weg da, du dicker Pandora! Komm, komm, lass mir ne Waffe! Okay, ich hab ne Waffe, und ich hab ne gute Waffe! Nein, hast du nicht! Hab ich doch! Aber die bessere ich noch auf! Oh, shit! Die muss noch geupgradet werden! Und I'm a firing my laser! Nein! Tschüss! Nein! Oh, toll! Oh, Gott! Die hatte ich auch da nur! Oh, shit! Oh, scheiße! Oh, Gott, Esther! Echt jetzt? Oh, da trifft mich auch einer! Natürlich! Wenn du mich triffst, dann triff ich dich auch! Ein kleines Geschenk für euch! Weg da, weg gleich, hey, du ich! Pass auf! Er hat Öl fallen lassen! Er hat Öl fallen... Nein! Oh, mein Gott! Schön eingesammelt! Der leckt leider! Ja, es leckt hier nicht! Oh, das leckt! Was? Nein, das war gemein! Alter, das war... Wer war das? Leck des Todes, ey! Ja, darum geht die mit Unfall! Ja, so ein Quatsch! Server sind down! Zu viele Spieler! Alter, das war knapp! Alter, ich hab die Atombombe oder so! Nein, nein! Oder so! Oh, Gott! Was ist das denn? Nein, da kommt noch eine Rakete! Alter, wollt ihr mich verarschen? Komm schon, treff ihn! Nein, nein, nein! Ohhhh! Komm schon! Komm schon! So fair! Nein, ich hab nur eine Bombe bekommen! Nein! Ohhhh! So knapp! Das ist immer ein bisschen ärgerlich, wenn man dann nichts bekommt, was nach vorne geht! Ohhhh, so knapp! Scheiße! Kinder! Er liegt da fast noch! Du schaffst nämlich noch mit jetzt! Ohhhh, was? Ich hab auch... Ich hab auch... Bonus-Münzen 10.000?! What?! Ja, ich hab eine von den Münzen eingesammelt, die an der Kante lag! Was?! Da gibt's Cash! 10.000! Cheat! Die Goldene! Es gibt Silberne, Bronzen und Goldene, glaube ich! Oh, für fehlige meine Frage! Das war die 80er-Bahn! Also die 80er-Strecke! Hat sehr viel Spaß gemacht! Leute! Schaut bei allen vorbei! Lasst einen Like da, wenn ihr mehr sehen wollt! Dann zeigen wir euch mal noch die anderen Tracks! Es gibt noch... Ich guck mal eben... Ähm... Hier die... Griechenland! Der... Der... Der Schrottplatz! Eine Werkstatt! Äh... Ne... Ja! Das können wir euch alles noch zeigen! Wie gesagt, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder! Schaut bei allen vorbei! Macht's gut! Bis dahin! Ciao! Bye-bye! Tschüssi!